So, hallo miteinander. Heute sind wir mal auf einer altbekannten Baustelle in Fehlburg. Und ja, da muss ich jetzt euch kurz ein wenig was erzählen. Also, wir haben hier vier verschiedene Häuser. Der Grundgedanke von den Bauern war einfach, dass das zum Beispiel, man sieht es hier an den Fenster- und Türeneinfassungen, das ist dieses Reichenhaus, also wo früher wirklich Geld da war. Das mittlere ist einfach so die untere Schicht und das da drüben ist so die Mittelschicht. Und ja, zudem weiß ich jetzt nicht, was das für eine Schicht sein soll. Aber so war der Grundgedanke. Und in einem weiteren Video erzähle ich euch auch noch, was für verschiedene Putzarten wir haben. Bei Fragen kontaktiert uns und immer dran denken, keiner macht zu Fallen mit ihm von Weinstein. Ciao.